Willkommen in meinem Hila-Kanal. Heute ich gebe Ihnen natürliches Antibiotikum-Rezept zu Hause, die gegen alle Krankheiten vor Graubis-Fusten schützen kann. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. Dieses Rezept wird sicherlich gehört. Ich wollte zu einer Zeit vorbereiten. Ein Rezept konsumieren wir jedes Jahr. Wir verwenden Ingwer, Honig und Zitrone in diesem Rezept. Zitrone und Ingwer müssen sehr gut in eine Weise waschen. Keine Mindestbakterien im Inneren erforderlich. Ginga ist ziemlich dünne Schale, wie Sie wissen. Lass uns jeden Ort schön sauber schälen. In der Zwischenzeit, wenn Sie noch nicht abonniert auf meinen Kanal und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meine Videos bis zum Ende folgen. Bitte vergessen Sie nicht, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Es gibt viele Vorteile, wie Sie Ginga kennen. Dies schafft ein wirklich leistungsfähiges Immunsystem, wenn es Zitrone und Ball kombiniert. Das ist kein Arzt. Das ein Rezept, das wir seit vielen Jahren verwendet haben, kommt von einem zum Husten. Deshalb empfehlen diejenigen, die kost chronische Erkrankungen, Schwangere und stillende Mütter sind, Sie nicht ohne Beratungsärzte konsumieren. Ich habe den ganzen Ginga auf eine Weise geschält. E-Beeling auf anderem Teil. E-Geben keine Menge in diesem Rezept an. Sie können eine große Menge Ingwer, eine Zitrone, die Sie wollen, eine Menge Honig verwenden. Punkt. Ich benutzte drei kleine Zitronen und ich benutze zwei Stück Ingwer, wie Sie sehen. Sie können multiplizieren und reduzieren Miktar. Ich bin sehr froh, wenn Sie eine Information über dieses Thema mit mir im Kommentarbereich teilen, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin sehr froh, wenn Sie Blumen, Insekten oder Emoyers in Kommentaren oder Kommentaren hinterlassen. Ich benutze jetzt Ingwer. Ich wurde nicht mehr alle Ingwer geschält. Ich werde zum Prozess des Zuhörens gehen. Ich nahm die Gingas zum ersten und dann in kleine Teile geschnitten. Wie viele kleine Stücke werden in so schönes Vitamin geschüttelt, wenn wir in unterteilt sind. Wie Sie sehen, bestätige ich den Würfel auf diese Weise. Du kannst dich treffen, wenn du willst. Dieses Rezept ist auch ein sehr guter Pgan-Kolonie 4. Sie sollten versuchen Mutlaka. Sitzla ist viel dieses Rezept. Sie können viel konsumieren. Es ist sehr nützlich von Echtzeit. Ich kann wirklich eins für diejenigen sagen, die besonders Husten sind. Nachdem ich alle Gingers gegessen habe, gebe ich sofort die Zitronen in den Häckselprozess. Nehmen wir schwarze Plätze an der Spitze und zurück an der ersten Stelle von Limon. Dann breche ich die beiden und ich werde kleine Stücke von Ingwergröße trennen. Lassen Sie uns den Kern in Limonen entfernen. Sonst kann es Wut geben. Es gibt einen Abfall in Form von Ginger. Lassen Sie uns die Kerne innen, um nicht die zusätzlichen Schmerzen von Limon hinzufügen. Sie können dieses Rezept mit Frieden des Verstandes versuchen, indem Sie mir vertrauen. Ich bin sehr froh, wenn Sie in den Kommentaren teilen, wenn Sie. Ich bestätige die Zitronen in der gleichen Weise in den Größen von Ingwer. Wie sehr klein wir suchen ist schön. Sie haben es in Ihre Passform gegeben. Nachdem Sie dieses Rezept vorbereitet haben, können Sie Ihren Kindern den Frieden des Geistes geben. Ich habe alle Hormonen gefüllt. As Sie sehen. Ich habe alles mit Ingwer gefüllt. Gehen wir zusammen mit Cencephili. Ihr besonders schön mischen. Ich denke, es ist ein wunderschönes Rezept, das Sie mit den Zutaten im Haus vorbereiten können. Sie müssen unbedingt in Ihren Augen versuchen. Insbesondere um unsere Immunität im Winter zu stärken. Wir können sehr einfach in unserem Haus tun. Wie Sie sehen können, nachdem ich alle mischen. Ich benutze so kleine Gläser. Sie können die verschiedenen Arten von Gläsern füllen. Ich empfehle die Verwendung von Glas. Ich werde sofort viel Honig nach dem Befüllen des kleinen Glases von zwei hinzufügen. Wir kümmern uns um den Honig, um den ursprünglichen Honig. Wenn wir verwendet werden können, ist es viel gesunder. Wie Sie meinen Honig sehen können, bis Sie ihn ausfüllen. Lassen Sie uns wohl aus einer großen Menge Honig hinzufügen. Ich mische den Honig mit 1 Löffel Hilfe nach dem Hinzufügen genug. Im wird überall auf dem Balkon ankommen. Wenn es wieder einen Raum gibt, füge ich nicht unbedingt Honig hinzu. Nachdem Sie diese Mischung vorbereitet haben, kümmern wir uns um das Warten an einem dunklen Ort für etwa drei Tage. Am Ende von drei Tagen können Sie im Kühlschrank mit Ruhe des Geistes halten. Baal, Zitrone und Ingwer gut mischen. Nach dem Mischen bis zur Jeteri, mische ich es mit einem Löffel Hilfe. Auf den Löffel, um Zitrone und Ingwer mit Honig zu extrahieren. Ich presse es mit Schweiß. Wir können mehr Honig auf die Basis setzen. Ich schließe den Mund fest nach dem Abschluss. Dann warte ich drei Tage an einem dunklen Ort. Ich habe meine Gläser mehr vorbereitet, wie Sie sehen. Sie können auch das Gegenteil drehen, wenn Sie möchten. Kein einen Bereich spielt keine Rolle. Ich werde so warten. Ich konnte jetzt über Nacht warten. Ihr hat sie geschrieben. Um dich bald zu zeigen. As können Sie am Ende einer Nacht sehen. Zitrone und Ingwer sofort auf der Oberseite erschienen. Es wird auch ziemlich liquid sein. Ich bekam nicht die volle Konsistenz, bis ich auf eine Nacht war. Drei Tage werden schöner sein, wenn Sie warten. Wie Sie sehen können, ist es genau die Konsistenz. Ich will ein Glas auf dich vorbereiten. Ich hatte zwei Esslöffel Zusatz, wie ich in einem Wasserglas Wasser sehe. Wenn Ihr Husten zu viel ist, können Sie es direkt mit Löffel konsumieren. Ohne Mischwasser. Es ist einfach, zwei Tassen pro Tag zu konsumieren normalerweise. Ein sehr gesundes Rezept aus der Realität. Es gibt keine Chance zu versuchen. Liebe mit der Zunge, um im nächsten Video zu diskutieren.